Longshots gehen oder aus kurzer Distanz, weil gewinnen werde ich sowieso. Keine Ahnung. Sag, was sieht besser aus? Longshots oder... Ja, du weißt schon. Longshots sieht immer geil aus. Dann mach ich Longshots, ne? Nein, jetzt hör ich mich wieder doppelt. Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Ja, wegen mir. Longshot, Mohamed Salah. Oh mein Gott, der ging gegen die Latze. Oh mein Gott, der ging nochmal gegen die Latze.